so was geht ab freunde willkommen zu einem weiteren video von mir und ich habe mir gedacht wir schauen uns heute einfach mal das ja meistgeklickte video über ronaldo an ich habe schon mal danach gesucht vorhin und zwar die ersten videos haben ja also wir wollen was anschauen wo er auf dem spielfeld steht und das meistgeklickte video davon wäre jetzt hier mit den fouls oder das spiel gegen portugal und müsst euch überlegen so der erst vor 11 monaten hochgeladen hat 70 millionen aufrufen es ist zu krass aber auch ein krankes spiel anna so auch gleich zu beginn der wm gewesen war übertrieben geil ich weiß nicht ob mir das video jetzt gesperrt wird copyright und so ihr wisst ja aber schauen wir mal ronaldo es mieter ja das einzige bei der wm hat der so eine malige frisur gehabt aber naja ich hätte ihm auf jeden fall mehr gegönnt ja 1 1 es war ein geiles spiel die hier sah da auf jeden fall sehr sehr schlecht aus mit links heftig krass tor und der freistoß brutal brutale schusstechnik einfach total also kann man echt nichts dagegen sagen brutale schusstechnik ähm der hat den auch nicht so mit wucht geschossen früher mit voll spannen gib ihm aber der war echt der war gewollt feier ich 70 millionen aufrufe krass ok also wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da und folgt auf instagram peace d vous die 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 Untertitelung des ZDF, 2020